Was ist LightSmart? LightSmart ist ein neues, innovatives Produkt von uns, wo wir den Kunden ermöglichen wollen, auf neueste LED-Technik umzurüsten, ohne selbst in irgendeiner Art und Weise Arbeitsaufwand oder Investitionen tätigen zu müssen. LightSmart bietet den Vorteil, dass sie sich im Prinzip um nichts kümmern müssen. Wir entwickeln im Prinzip das Konzept für die Umrüstung auf LED, kümmern uns um die komplette Abwicklung, um Einbau, Montage, Auswahl der Leuchten im ersten Step. Das stimmen wir natürlich mit dem Kunden dann am Nachgang nochmal ab. Er hat keinerlei Kosten zu tragen und profitiert natürlich von einer deutlich besseren Lichtqualität und geringeren Betriebskosten. Außerdem ist natürlich der Umweltfaktor natürlich auch maßgeblich. Bei einem normalen Strommix sind das wirklich eine vierstellige Tonnenanzahl, die im Jahr dort eingespart wird. Im Rahmen des Projektes installieren wir ein Smart-Metering-System, was wirklich exklusiv die Beleuchtung misst, also den kompletten Verbrauch der Hallenbeleuchtung. Und er kann das im Prinzip in Echtzeit nachvollziehen. Prinzipiell ändert sich da nichts. Der Mieter zahlt weiterhin seine Stromrechnung, insofern er alleiniger Nutzer ist, ganz normal weiter. Also die Garantien sind fünf Jahre für die Umrüstung der LED-Beleuchtung. In diesen fünf Jahren hat der Mieter wirklich gar nichts zu warten oder Sonstiges. Es wird komplett durch Prologes übernommen. Wir haben die ersten Verträge mit Mietern abgeschlossen in Deutschland und das Interesse ist riesengroß auf Mieterseite, da diverse Einsparpotenziale etc. direkt sichtbar werden, keinerlei Invest notwendig ist und einfach eine deutlich bessere Beleuchtungsqualität innerhalb der Hallen besteht.